Schöne Lederjacke, Biker-Style. Wirklich einfach das Leder, das an der Topf arbeitet. Hose, klar, mit dem Stretch-Anteil von dem Topf. Hemd, was ganz Neues, was ganz Besonderes. Ganz schönes Stoff, bunt, also auch sehr bunt, ganz weich. Hemd geht auch mal ohne Jacke. Wir haben außerdem das älteste Fahrrad von Holland aus dem Museum. Utrecht der Heimatmuseum. Haben wir gestohlen. Lecker! Mal gucken gleich. Guck mal hier, ohne Bremse, ohne Griffe. Alles hier, wie es früher war. Mal sehen. Küssküssen.